Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GOMO. Ich sitze hier in diesem Bergbau-Kran-Teil und schaue mir das Ganze nochmal gerade an, was ich hier noch machen kann. Okay, ich muss noch ein bisschen näher ran. Und das noch ein bisschen abgesendet. Und jetzt runter dann. Was? Das geht nicht. Gut, aber jetzt ist das da immer noch nie vorbei. Okay, dann gehen wir da einfach mal wieder runter. Ja, gehen hier runter. Gut, ich weiß jetzt nicht, was wir noch machen müssen. Hm. Hm, ich weiß es wirklich nicht. Weil um, damit das weiter fließt, muss man ja hier drauf drücken. Ich dachte, vielleicht können wir machen, dass... Ach, was? Wie? Ach nee, da kommen wir nicht rein. Da, drauf drücken? Nee. Ja, dann, ich weiß es nicht. Mal schauen, wie hier vielleicht noch was ist. Nee. Damit kann man hier aber auch nichts machen jetzt. Na gut. Gehen wir hier wieder zurück. Ah, hier ist ein Schlitz. Vielleicht... Bin ich erst dran vorbeigelaufen. Nee. Hier? Ah, okay. Oh nein, Error. Das ist irgendwie... Ah, doch. Vielleicht kommt man jetzt da irgendwie durch, weil das Fließband ja aktiviert ist. Und... Flop... Äh... Noch nicht. Plupp, weg sind wir. Oh mein Gott. Das... Da haut sich aber oft den Kopf an. Dong. Und... Da kommen wir an. Bei den Steinen. Da rein. Jo. Und weiter geht's. Oh mein Gott, was ist das? Eine Schleuse und eine Tür. Oh mein Gott. Wow, diese, diese. Diese. Na, das halt. Ne. Was macht der jetzt? Was machst du mit dem Stein? Oh. Hat den Stein beiseite gelegt. Gut. Was passiert da? Ach, der wird weggesaugt, oder was? Ach, der wird weggesaugt, oder was? Ach, hier hinten, dachte ich vielleicht. Ähm... Ja, okay. Sieht auf jeden Fall. Sehr sinnvoll aus. Dann lassen wir das mal an. Und schauen wir uns das hier hinten mal an. Okay, hier können wir nichts machen. Immer noch nicht. Können wir hier den Stein gegen schmeißen. Sachen im Inventar haben wir nicht. Gehen wir hier nochmal hin. Hier hängt ein Seil runter. Kann ich vielleicht. Ah, okay. Ah, okay. Okay, also wir haben jetzt ein Seil. Genau. Da gehen wir nochmal mit zur Tür. Und jetzt würde ich gerne was versuchen. Und zwar... So, vielleicht geht das Seil. An die Tür und an den Stein. Und dann schmeißt er den Stein hier hier runter. Und dann reißt es die Tür auf. Und darf nur sich nicht mit noch einbinden. Oh, oh, oh. Ja, ich bin gut. Schmeiß es runter. Und lass dich von der Tür nicht umhauen. Lass dich von der Tür nicht umhauen. Oh. Okay, das hat sich wirklich so angehört, als wusste ich schon. Nein, ich wusste es nicht. Ich hatte es nur geahnt, weil mir das die Woche beinahe passiert ist. Ich stand hinter der Tür und die ging einfach so auf. Na ja. Und das war nicht so schön. Gehen wir mal hier hoch. Da ist Schlüssel und ein komisches Gesicht. Ein Schlüssel. Der nimmt er natürlich mit. Der ist sicherlich für die Tür. Und hier den Schlüssel. Nein, das kann man nicht mitnehmen. Hier kann man auch nichts machen. Hier ist aber noch was zu tun. Ah, wir nehmen das Poster mit. Okay. Und hier? Was ist das? Passiert nichts. Na gut. Hier kann man nichts noch machen. Dann geht es wieder runter. Oder hätte man doch was machen können. Nee. Hier ist ja eine Tür. Ja, da ist eine Tür. So. Ja, passest du es doch nicht. Du hast doch schon einen Schlüssel hier. So. Den Schlüssel stecken wir da ins Schlüsselloch. Okay. Na gut. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Oh, wurde gegrillt. Okay. Packen wir doch. Ach komm. Doch schon. Ach komm, packt doch nochmal gegen. Wieso denn nicht? Also. Ja. Okay, noch nicht. Du wolltest nicht. Aber wir haben hier das zumindest angemacht. Das war ja vorher nicht. Gehen wir nochmal hier hoch. Und schauen nochmal, ob es hier noch was gibt. Weil hier gibt es definitiv nichts mehr. Ja, vielleicht öffnet das jetzt die Tür. Ja, gut. Genau. Nicht was trinken hier? Und wie kann man da drauf jetzt? Okay. Hier noch was zu tun? Nee. Komm mal hier irgendwie runter. Auch nicht. Ah. Das ist bestimmt der Typ. Dem das Ganze gehört. Okay, dann halten wir mal das Poster da davor. Das wird jetzt abgescannt. Und sicherlich geht das hier nach unten jetzt auf. Ja. Und durch sind wir. Gut. Durch da. Ah. Ein Kristall. Der Kristall gegen den Hund. Der Kristall an die Aliens. Der Hund wieder an uns. Ah, den werden wir uns doch nicht so einfach nehmen können. Okay. Versuchen kann man es hier mal. Dong. Reibt sich die Hände. Okay. Okay. Das ist creepy. Was macht der da mit dem Kristall? Gut. Tun ins Inventar. Ja. Oh mein Gott. Ich hab's doch fast geahnt. What the fuck? Boom. Was ist das denn? Ah ja. Der versteckt sich schnell. Was kann man hier... Okay, der macht schon mal nichts. Oh mein Gott. Oh nein. Der hat uns gehauen. Das will er nicht nochmal machen. Dann drücken wir schnell mal hier den Türknopf. Oh und dann werden wir aufgehalten. Und wieder zurückgeworfen. Dann gibt's doch irgendwas anderes. Vielleicht kann man... ...vielleicht hier das irgendwie nehmen. Den Inventar nehmen. Da wieder hoch. Ich denke mal, man muss hier irgendwas mit dem Roboter machen. Das kann man sicherlich nicht. Ganz zurück. Lässt der uns hier raus? Ja, hier. Raus. Ne. Ja, was ist das denn dann? Also wenn der nichts mit dem Roboter machen will. Oh, verlaupt. Verlaupt. Ah. Ja. No. Aber versuchen wir es doch nochmal. Gut, da gehen wir einfach nochmal hin. Runter wieder. Genau. Und wieder dahin. So. Hm. Der hat doch... Der hat doch irgendwas. Hm. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Na gut. Dann würde ich sagen... Mal sehen, was wir hier machen müssen. Ich würde sagen, das schauen wir uns einfach in der nächsten Folge an. Bis dann. Tschüss.